Stell dir vor, du wärst zwölf Jahre alt und auf deinem Handy ploppt eine App auf, die behauptet, sie könne die Zukunft vorhersagen. Und stell dir jetzt vor, du würdest es ausprobieren und es stimmt. Was würdest du tun? Die Zukunft in meiner Hand. Ein Roman von Andreas Z. Simon mit Illustrationen von Timo Grubing. Für Kinder ab 10. Jetzt überall, wo es Bücher gibt.